Manche Geschichten sind so irre, dass man zuerst denkt, das kann nur ein Scherz sein. Haha, was macht Schrist-Stefan in der Babykrippe? The Wall of Fame! Mal sehr indiskret gesagt, Live-Sex im Burgtheater. Wie viel von Ihren Nachbarn haben Sie diesen Sommer schon gesehen? Wenn Sie da auch mitmachen wollen, zu Hause herzlich willkommen. Ich liebe das Projekt auch. Single Belle, Single Belle, Single all the way. Hengst müsste man sein, gell? Kommen wir zu was anderem. Wie man sich bettet, so liegt man bekanntlich auch. Apropos Freude in den Alltag bringen. Es war nur noch Formsache, aber jetzt ist fix. Wer genug leere Bierdosen einsammelt, kriegt wieder ein volles. Wow. Einfach nur wow. Was auch Spaß macht, ist Kaffeepuls. Und zwar morgens, mittags, abends. Tja, das schauen Sie. Alexa, Spielwerbung. Aber Lito, beim Kaffeepuls-Magazin gibt es doch keine Werbung mehr. Ah ja, richtig. Sind wir toll. Vorher aber noch zu einem anderen Film, der zu Weihnachten in unsere Kinos kommt. Und ein Riesenerfolg sein wird, dass da sind wir uns einig und dass obwohl er noch nicht mal fertig gedreht worden ist. Hier sind unsere Promi-News des Tages. Die können uns auch nicht mehr erwarten. Inspiriert zu neuen Helbentum, jetzt schicken wir sie in den Feierabend. Feine Zeit, wir sehen uns morgen wieder, 19 Uhr, Kaffeepuls-Magazin. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.